Hallo wieder mal! Schön, dass du bei deinem Lieblingspfessel hereinschaust. Ähm, wir haben jetzt schon sehr viel geschafft. Wir haben es über die Brücke geschafft. Wir haben Muscheln vernichtet. Ich sehe gerade da unten ist noch Loot oder so anscheinend. Das holen wir später auf... Ja, das holen wir jetzt. Vielleicht kann ich es gar nicht brauchen. Oder? Ist das Loot oder Dekoration? Du bist Deko. Super. Ja, da herunten waren die fiesen Muscheln. Die... keine Ahnung wie die jetzt heißen. Flussschlürfer? Schnapper? Mal kurz schauen, was da oben so los ist. Jetzt sehe ich nur einen. Der ist aufgescheucht, weil ich natürlich eine Muschel mit der Pistole weggeschossen hab. Da hinten ist auch noch wer. Ich gehe lieber mal da hoch. Um mal zu schauen, wo jetzt wer ist. Das ist ja mein gutes Recht. Schaffe ich es da hoch? Oh, ich stürze jetzt gleich auf. Was ist das? Ne, nicht hochsteigen. Da sollst du springen. Ja, geht doch. Ich muss dann ein wenig auf Höhe kommen, damit die da mal durchschauen können. Einer. Zwei. Da ist zugemauert. Also gibst du dann nur auf der anderen Seite. Ich will ihn natürlich nicht töten, aber wenn es halt nicht anders geht, muss es halt so sein. Oh. Ist da unten noch was? Ja, jemand. Es ist einfach sehr laut. Ja, der ist da unten. Ach, da ist noch ein Engong. Und der schaut da nicht her. Das finde ich praktisch. Da drüben ist der... Fluss-Grebs-Sammler-Muschel-Typ. Der für das da... Ein Schlüssel braucht. Wo man einfach so hoch hingehen kann. Okay, er wohlt natürlich auch nicht oben drüber. Okay, weiter geht's. Wachbereich? 28 Meter? Was soll er denn da im Wachbereich machen? Ach, wahrscheinlich die zweite... Ja, geh gleich wieder zurück. Sobald der sich umdreht, ist es sein, dass er sich umdreht. Na ja, Schlafenszeit für den Typen. Die sehen sich ja nicht einmal. Irgendwer ist da noch immer. Tut mir leid. Du hast dich leider umgedreht. Kabelwerkzeug ist wichtig. Bolzen haben auch genug verbraucht. Alex Notiz. Ich glaub was, dass der Typ da hochgehen will. Und wir haben jetzt noch kurz seine Fluss-Grebs-Muscheln. Bärlen holt. Warte hier und versteck dich, bis ich zurückkomme. Ich muss heute Abend noch eine Sache auf der anderen Seite der Zugbrücke erledigen. Ich werde die Bärlen, die wir gesammelt haben, dem Boss bringen. Also mach keinen Blödsinn. Wenn mit dem Wachen etwas schief gehen oder irgendetwas passieren sollte, geh zum Kanal neben dem Gebäude und sprich laut hinein. Dann werden die Jungs dir zu Hilfe eilen. Eilek. Der Kanal neben dem Gebäude. Gibt's da was? Hier, Wasser kann ich trinken. Du hast sonst auch nichts mehr. Bin gespannt wie der da unten reagieren wird. Ach, wahrscheinlich den Schlüssel, den wir holen müssen für den da unten, der wird da drüben sein. Oder? Wo waren das jetzt? Ach da, Wachbereich. Wer ist schon wieder komplett dran vorbeigekommen? Da ist er. Ist da noch was? Kugeln. Ich war spontan gar nicht, wenn ich zwei Kugeln verbraucht habe. Kugeln. Tom, 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 Tom. So, na los. Wo sind die Murmene? Leichter Glitch. Nicht mehr viele ehrbare Leute. Hilf mir mal jemand. Du kämpfst wie Scheiße. Das hast du verdient. Eigentlich habe ich tiefer gezählt, aber das hast du auch verdient. Ich trau mittlerweile gar keinen Schläger mehr. Verdammte Typen. Da. Aber wie ich noch drauf herumreißen, das ist echt zack. Da rein. Na, da ist zu. Aber wir denken, mit dem Sokoloff, wenn wir wieder Elixiere kriegen und anderes. Na gut. Der hat uns da ist. Hä? Ich wollte das in Gott und Trunk nehmen. Ach, hat er jetzt automatisch genommen, weil ich zu wenig Mana gehabt habe. Okay. Okay. Also gut. Auf zu Sokoloff. Da vorne ist ein Elixier und irgendein Rune wahrscheinlich. Irgendwas Wichtiges. Ihr hört schon wieder. Sonst ist da nichts. Sokoloff's Haus, also ist ich noch weiter weg. Jawoll. Ihr gebt zu, jetzt mittlerweile, wo die mehr Gegner werden, wo sich die Seuche weiter ausbreitet, etc. Da bin ich froh über jede Rune. Das modernste Plumpsklo, das ich kenn. Die alte Musik. Notiz zur Musik. Schauen wir mal. Gestern ging ein Aufseher auf die Straße ganz in der Nähe vorbei und spielte die seltsame Musik des Ordens. Während er die Kurbel seiner Spieluhr drehte, blieb sein Gesicht unter seiner Maske verborgen. Doch ich konnte hören, wie er Verse aus den heiligen Texten murmelte. Furcht übermannte mich, als ist es doch verboten, Knochenartefakte und ähnliche Glücksbringer mit sich zu führen. Die Aufseher kennen in der Hinsicht kein Pardon. Meine Hand krampfte sich um das Artefakt in meiner Tasche und spürte seine Wärme, während ich mich mit Gesenkenhaut weiterging. Also während ich mit Gesenkenhaut, ja, egal. Der Aufseher ging in Richtung der Wohnung des kaiserlichen Arztes. Okay, das ist Sokoloff. Als etwas Seltsames geschah, ich könnte schwören, dass das Artefakt in meiner Hand auf die Musik, das Aufseherz reagierte und erkaltete, wie eine innere Vibration, die mit einem Mal aufhörte. Wir wissen, glaube ich, schon, was es ist. Wir haben ja schon im Horfen so ein Spielort gefunden. Ich habe ein Buch gefunden, das möglicherweise damit zu tun hat und werde es studieren, damit ich vielleicht verstehen kann, was passiert ist. Das Buch werde ich dementsprechend nicht lesen. Ich werde es kurz für euch aufmachen, aber jetzt werde ich es nicht vorlesen. Okay, es ist weniger als ich gedacht habe. Interessante Theologie. Bei meinen Studien habe ich eine 17 Noten umfassende Tonleiter entdeckt, die auf diesem Phänomen basiert. Mit den richtigen Gerätschaften gespielt, besitzen diese Noten erstaunliche Auswirkungen. Eine besonders wichtige ist die, den Sturm zu stillen, der aus dem Nichts entsteht, was wir als das Werk des Outsiders ansehen. Ja, okay. Das ist der da eine Kurbelanzug, den wir ja schon mal kurz getestet haben, der uns das Mana komplett blockiert. Was zu essen. Schauen wir mal kurz noch, vielleicht kann man wieder was aufbauen. Wir haben ja wieder eine Rune. Beweglichkeit, das Verbrennen, tödlicher Schwarm, beschwert einen Rattenschwarm, der andere angreift und nach kurzer Zeit verschwindet. Der Schwarm verzehrt außerdem Leichen. Windstoß ist eine super Verteidigung gegen viele. Und der wäre aber eine gemeine Ablenkung. Außerdem lasst er Leichen verschwinden. Aber ich wäre trotzdem ja auf die Beherrschung da. Wir haben ein Manaverbrauchspiel bei beiden hoch. Da halt dann sehr hoch. Oder durch Zeitverlangsamer. Weiß ich nicht. Mal schauen, ich spare durch erst einmal. Ähm, ah ja. Kurz das Herz fragen. Fragen, was das Herz begehrt. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das Glauben. Okay. Viele Gegner. Mal schauen, was die so für Schicksalsschläge haben. In seiner Familie reagiert der Wahnsinn. Und er ist der schönste Mann. Ah, ich das... Ich liebe es, wie sie sich drehen und drehen. Wie? Die Räder? Äh, ja. Weiter und weiter. Wie das Rad des Lebens. So ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Okay. Denken Sie dran, Wachmann. Sie müssen sich weiter drehen. Es würde in Ihrer Akte schlecht aussehen, wenn die Fabrik still steht. Ausgerechnet während Ihrer Wache. Mir kommt die Stimme irgendwo bei Kontfer, der Synchronsprecher. Das gibt's doch nicht. Also das sind alles so richtig unsympathische Personen. Mir kommt echt vor, als würde man da so hingedrillt werden, dass man sie töten soll. Weil sie sie eigentlich... Ja, man hätten... Sie müssten bestraft werden, aber... Ich will da jetzt nicht der Henker sein. Kopf ab. Na los. Besten Dory Lake Nothing. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich weiß, dass du hier bist. Du bist, glaube ich, der Einzige, der das überleben wird. Der war wirklich der Einzige, der das überlebt. Da drüben ist wieder so ein Brützelfallen. Die Lichtwand. Der oben, hat der was mitbekommen? Ja, das ist da. Ich glaube, das waren alle. Das war der von oben, der runtergekommen ist, wahrscheinlich. Ach, das sind schon wieder diese komischen Muscheln. Ja, da gibt's noch was zu essen. Wir schauen mal, was da unten noch so gibt. Und die kommen wieder ein bisschen zielen. Ach, da sind auch noch. Ich mag den nicht. Und so ein komischer Hexerfisch. Ich finde es extrem realistisch, also das muss ich echt zugute heißen, dass der an Sturzschaden gestorben ist. Weil ich glaube nicht, dass der Schlag mit Schwung so viel, also so kritische Treffer verursacht hat. Und schaut euch mal mein Schwert an. Das ist schon komplett blutrot. So blutrot-metallig. Wird mich interessieren, ob man das wieder irgendwie overwaschen kann oder so. Oder ob das generell mein, mein Spülverlauf fassierend bildlicht. Naja. Ich könnte euch füttern, will ich aber nicht. Nicht jetzt. Das sind die Auswirkungen oft, mei. Ich habe deswegen noch einen Rotten-Schwurm gefangen. Bin gespannt, ob die da drüben noch die Wand durchkommen. Na, die ist ohne einfach so. Okay. Weißer Rotten. Ich habe deswegen den Rotten-Schwurm da jetzt dann gerade weg dezimiert, damit sie mich nicht noch als nächstes angreifen. Da drüben ist wieder so ein Generator. Das ist natürlich auch das eine. Da kann ich da außen vorbei. Ja, war klar. Wahrscheinlich Zeit verlangsamen oder vielleicht gibt es einen Teleporter ab. Das könnte ja auch sein. Soll ich es riskieren mit einem Teleport? Ich glaube, ich bin gleich tot. Aber mit einem Teleporter geht gar nicht. Okay. Dann mache ich auch das schon. Dann mache ich auch mit einem Teleporter von oben. Weil ich weiß, ich muss da rein. Ich muss hinter dieser Mauer kommen. Und das sind die Rollstacher. Deswegen wäre ich da drüben. Dann mache ich auch mit einem Teleporter. Cooles Gimmick. Wie wollen diese fiesen Fische? Ich hasse die. Können wir was rausnehmen? Nein, nein, nein. Ich muss drücken auf jeden Fall. Dann können wir die Räder aufschalten, oder? Ja. War klar. Können wir wieder hinschalten. Gibt es da eigentlich Fenster? Ja, da war Fenster. Also hätte ich noch nicht her teleportieren können. Das war nicht mehr erster Plan. Hier, Parkour. Ich höre den Klopfen. Da drinnen ist 16 Meter. Können wir irgendwo oben rein? Also sehen tue ich nichts. Das war von der anderen Seite blockiert. Also muss ich da oben rein. Irgendwie. Gekonnt. Irgendwie zu mir gefallen diese Jump'n'Run-Analog. Irgendwie total. Es ist so Eco-Perspektive. Ähm. Prince of Bersa. Nur mit weniger Schieberätsel. Aber generell weniger Rätsel. Okay. Ich muss erst noch kurz was essen. Wir helfen der Frau mal. Ich bin wieder ziemlich gut, glaube ich. Aber ich bin nicht dumm. Oh, Herze. Buch der Sphären. Band 1 und 2. Die werde ich beide noch aufmachen. Aber nur ganz kurz. Also ihr könnt da Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Hä? Achso, okay. Du bist nicht die Frau. Ah ja. Die Bücher aufmachen. Da haben wir das. Ich denke das reicht. Und einmal das. So. Da ist irgendwo. Das wird wahrscheinlich unten sein, oder? In der Nähe von dem Knochenartefakt. Da ist noch ein Artefakt. Der Hans da ist. Okay. Mit Ratten. Ach, gemein. Aber ich weiß schon wie es machen wäre. Ich werde da jetzt eine Leiche rüberwerfen und da Granate drauf. Das ist wieder mal ein Plan. Aber muss ich nicht unbedingt. Ich bin gespannt wie weit der Schoden das Radius geht von denen. Achso. Von der Granatenmanue. Kommt ihr? Na los? Geht doch. So fängt mal Ratten. Wie geht's? Wie geht's? Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist der Tod. So wie alle anderen von hier. Okay. Ah, das warst wahrscheinlich du, oder? Da ist es. Eins von drei. Ja, die anderen nochmal da drüben liegen lassen. Was steht da? Tyrions Tagebuch. Das lese ich mal kurz. Wenn es nicht zu lang ist. Es ist viel zu lang. Haben wir los. Ihr könnt pausieren. Haben wir ganz unten. Reicht. So viel lesen möchte ich jetzt echt nicht. Was ist mit dir? Ah, dann wieder irgendeine Leiche. Okay. Ja, dann gehen wir wieder nach oben. So. So. Sokolovs Haus. Aber da. Gehen wir erst in den nächsten Bad rein. Also dann. Jetzt haben wir es bald hinter uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Pfesel. Tschüss.